Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Sammelspiele. Hier snacken wir uns noch kurz was ab. Und wir spielen, was spielen wir überhaupt? Nein, ich hasse dieses Spiel. Man weiß einfach nicht, wer wer ist und man ist sofort tot. Einfach rumlaufen und da killen sich schon die Ersten. Ha, ha. Da, der da, der da. Oh nein, wir werden verfolgt. Nein. Oh Mann, ey. Wer hat uns gekühlt? Captain Brian. So, Band. Egal, scheiß drauf. Egal, wir warten einfach mal. Kacke, ey. Ich bin Captain Brian. Äh, keine Lust zu warten. Gehen wir in die Hub und gucken uns ein neues Game an. Super Paintball, komm. Das ist geil. Da kann man auch nicht viel falsch machen, so wie... Oh, ich kill einfach mal, indem ich irgendwo hin haue und irgendwo kommen keine Wolken raus. Carl the Creeper. Hallo Carl. Nein? Wolle Schokolade kaufen? Oh, scheiße. Er mag wohl keine Schokolade. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Was macht die scheiß Fledermaus da? Hier war doch gerade einer. Nein. Wer? Oh, Tü, Drei, Ik. Tü, Drei, Ik, Band. Naja, aber das Game geht schnell rum. Wir haben noch... Sind wir eigentlich rot? Ich glaube, wir waren rot. Na ja, wir waren rot. Wir haben noch drei Leute. Toll, da beleben wir einen wieder. Und was ist? Der geht drauf. Was für eine Scheiße. Peter Lustig wurde gepaintet von? Klingt so, als ob der gemalt wurde. Nein, da wurde ich belebt. Oh, geil. Geil. Nein. Oh, fuck, ey. Weil der Typ sich nicht bewegt hat. Das war was für wieder Leben. Aber nö. Da, 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 da. Was können wir spielen? Was können wir spielen? Runner? Uh, Runner ist geil. Einfach rumlaufen. Wer eine Strategie braucht, wir nehmen nämlich noch ein paar Games auf, weil die so schnell vorbeigehen. Das Wichtigste ist nicht, oben auszuhalten, sondern unten alles kaputt zu machen. Dann fallen die gleich alle runter und können nicht mehr hochkommen. Und jetzt nehme ich runterfallen. Das ist Game Over. Oh, oh, Scheiße. Nein. Na, gucken wir. Was? Scheiße, warum packt das so rum? Gucken wir mal. Oben ist noch einer, der hat aber nicht mehr viel Zeit. Und da wir hier unten schön aufgeräumt haben, ist da auch nicht mehr große Chancen. Hauptsache, dieser Typ 3, der uns von weg in der Stadt. Der darf nicht gewinnen. Der darf auf keinen Fall gewinnen. Guck mal, wie schön. Ah, nein. Ich bin zu hoch. Nein, der darf nicht gewinnen. Der darf nicht gewinnen. Komm her. Ja. Ah, er hat nicht gewonnen. So. Ah, das sieht aus nach Mini-Dingsbums. Geben wir Worker. Dann nehmen wir unsere Geheimtaktik. Ja, Micro Battle. Ich bin zu hoch. Die Höhe sollte reichen. Das ist zu viel. Nein, unser Team schwindet. Das ist zu viel. 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 Nein, das war schnell. Das sind die ganzen Pfeile. Das ist zu viel. 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 Nein, einmal geht nochmal. fitsch. Call of duty. Sniper隻 aussuchen. Fuh. Nummer eins. Ich dachte, wir sind Freunde Oh Hey Nein Mein Freund Ein guter Freund Der gibt doch mal Ja, genau Ist sicher Immer geht noch Ach, Dragon Was kann man schaffen Eine Runde Dragons machen wir noch Wollen uns ja nicht langweilen hier Boing Er ist echt korrekt Und Tschüss, Dragon Tschüss, Drache Ja, ich kann es nicht langweilen hier Ja, ich kann es nicht langweilen hier Ich kann es nicht langweilen hier Oh, das kann richtig riskant werden Nein Oh, wir leben noch Wir leben noch Ich glaube Au Au Ich wollte gerade sagen Unten ist es wahrscheinlich Relativ safe Weil alle oben sind Kann man sich aber Nicht sicher drüber sein Es leben nicht mehr Allzu viele Oh nein Oh nein, 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 nein Oh nein, nein, nein Ja Wir überleben Wir überleben Wir überleben Verpiss dich Nein Nein Ja, was auch immer Der da gerade redet Ihr könnt es wahrscheinlich lesen Wenn ihr aus der Slowakei kommt Oder Slowakisch kann Ich verstehe es nicht Damit Bedanke ich mich bei euch Fürs Zuschauen Hoffe, ihr schaltet Nächstes Mal wieder ein Wenn es bei Minecraft Sammelspiele weiter geht Und Haut rein Schönen Die